Hallo Freunde, ich weiß hier im Kanal war es letzte Zeit etwas ruhig, aber es gibt sehr viele Neuigkeiten und deshalb gibt es heute ein kleines Update für euch. Viel Spaß damit! Beginnen wir mit unseren regelmäßigen Live-Talks. Nach dem Abschluss der zweiten Staffel und einer kurzen Pause startet morgen am 18. März die dritte Staffel und was soll ich sagen, es wird ein würdiger Auftakt. Viele von euch haben sich Tierfotografie als Thema gewünscht und ich habe den Natur- und Wildlife-Fotografen Chris Kaula für den Talk gewinnen können. Chris ist aber nicht nur Fotograf, sondern auch Biologe und fotografiert, sagen wir, auch etwas ungewöhnliche Projekte, wie zum Beispiel urbane Natur. Ich bin in jedem Fall schon sehr gespannt auf seine Fotos und freue mich schon richtig auf den Talk. Donnerstag, 18. März, 19 Uhr geht's los. Einschalten nicht vergessen. Und wenn du an dem Termin nicht kannst, findest du den Talk mit Chris natürlich hier im YouTube-Kanal. Also noch ein weiterer Grund für dein Abo und die Glocke. Kommen wir zur zweiten News und das ist jetzt was für die Sony-Fotografen und Sony-Filmer unter euch. Die Alpha Days stehen vor der Tür und diesmal gibt es aber nicht, wie in den vergangenen Jahren, eine Tour durch Deutschland, sondern das Ganze findet aufgrund der aktuellen Situation online statt. Ich freue mich ganz besonders, dass ich auch dieses Mal wieder mit dabei sein darf und euch an drei aufeinanderfolgenden Tagen, dem 26., 27. und 28. März, zusammen mit sechs verschiedenen Sony-Profis, Kameras, Objektive und die Praxisanwendung zeigen darf. Mit dabei sind die Tierfotografen und Tierfilmer Michael Scharke und Sazan Amir. Für den People- und Lifestyle-Part ist Janina Steinmetz mit dabei, der Filmemacher Mike Suminski und Sportfotograf Thomas Fernrich sind live vor Ort und wahrscheinlich kennst du ihn schon aus unseren Live-Talks, der Kameramann Dennis Schmelz, der ist auch mit dabei. Dazu kommt dann noch mein langjähriger Kollege und sehr guter Freund Stefan Gericke und ihr dürft euch auf sechs unterschiedliche Live-Shootings aus verschiedenen Locations freuen. Und obendrauf gibt es dann noch für alle registrierten Teilnehmer weitere Goodies und das Ganze ist kostenfrei, also meldet euch an. Los geht es jeweils um 16 Uhr, ihr müsst euch da einfach nur mit eurer E-Mail-Adresse anmelden und dann könnt ihr sogar mit den Sony-Profis chatten und natürlich alle eure Fragen stellen. Den Link zur Anmeldung und mit weiteren Infos findet ihr unter alphadays.fototrainer.com und ich packe ihn euch auch zusätzlich noch hier in die Beschreibung. Ich freue mich in jedem Fall schon riesig auf die Sony Alpha Days und ich hoffe, wir sehen uns. Kommen wir zur letzten News, zumindest für heute. Und diesmal müssen alle Nikon-Fotografen ganz besonders aufpassen. Viel von euch haben ja sicherlich mitbekommen, dass ich vor einiger Zeit den ultimativen Sony Alpha Kurs veröffentlicht habe. Einen Online-Kurs mit über 12,5 Stunden Videomaterial rund um die Sony Alpha Kameras, bei denen du die Basics zum Filmen, die Grundlagen der Fotografie, jede Menge Praxis und wirklich die komplette Bedienung deiner Kamera lernen kannst. Und was soll ich sagen, jetzt gibt es den ultimativen Nikon-Kurs für alle Spiegelreflex- und auch Systemkameras. Ihr wisst, ich bin der Sony-Profi und aus diesem Grund habe ich mir für den Nikon-Kurs Hilfe von dem Nikon-Profi Manuel Quarta geholt. Manuel arbeitet seit Jahrzehnten als Profi-Fotograf und ist ein echter Experte für das Z-System, aber eben auch für Nikon-Spiegelreflex-Kameras. Ja, richtig gehört, der Kurs ist sowohl für System- als auch für DSLR-Kameras geeignet. Und was soll ich sagen, der ultimative Nikon-Kurs bietet über 16 Stunden Laufzeit, jede Menge Praxis, Objektivempfehlungen, Profi-Tipps und noch viel mehr, damit du noch mehr Spaß an deiner Nikon-Kamera hast. Schau dir doch die unterschiedlichen drei Level ganz einfach mal auf nikon.fototrainer.com an und stöbe ein bisschen in den Inhalten. Kleiner Tipp, auf das Komplettpaket Level 3 gibt es im März 50% Premierenrabatt. Schnell sein lohnt sich, viel Spaß, wir sehen uns.